Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11963 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Zahnärzte empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste, da diese die Zähne effektiver reinigt als eine Handzahnbürste. Eine Tinktur ist ein flüssiger Extrakt aus Heilpflanzen oder aus tierischen Ausgangsstoffen. Eine Tinktur ist ein flüssiger Extrakt aus Heilpflanzen oder aus tierischen Ausgangsstoffen. Eine Tinktur ist ein flüssiger Extrakt aus Heilpflanzen oder aus tierischen Ausgangsstoffen. Ich bereite die Abrechnung für die Krankenkasse vor. Das ist ziemlich aufwendig. Ich bereite die Abrechnung für die Krankenkasse vor. Das ist ziemlich aufwendig. Ich bereite die Abrechnung für die Krankenkasse vor. Das ist ziemlich aufwendig. Wir haben Aprikosen gekauft und daraus Aprikosenmarmelade gemacht. Wir haben Aprikosen gekauft und daraus Aprikosenmarmelade gemacht. Wir haben Aprikosen gekauft und daraus Aprikosenmarmelade gemacht. Bitte richtet eure Aufmerksamkeit auf diese Grafik. Hier kann man die wichtigen Details erkennen. Bitte richtet eure Aufmerksamkeit auf diese Grafik. Hier kann man die wichtigen Details erkennen. Köche haben die Möglichkeit, ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen und ihnen unvergessliche Momente zu bereiten. Köche haben die Möglichkeit, ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen und ihnen unvergessliche Momente zu bereiten. Für ein Modestudium an einer Universität oder Kunsthochschule mit Abschluss, Bachelor oder Diplom benötigt man die allgemeine Hochschulreife. Für ein Modestudium an einer Universität oder Kunsthochschule mit Abschluss, Bachelor oder Diplom benötigt man die allgemeine Hochschulreife. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann, die Aufmerksamkeit. 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 Vielen Dank.